Holzhair auf der Ligna in Hannover. Erleben Sie unsere Neuheiten und Highlights. Mit der Next Tech von Holzhair machen Sie Ihre Schreinerei zur Zukunftswerkstatt. Wählen Sie Ihre Möbel einfach per Mausklick an und machen Sie sie zu individuellen Maßmöbeln für Ihre Kunden. Sie können auf eine reichhaltige Bibliothek fertig programmierter und trotzdem voll variabler und individuell anpassbarer Schränke und Einbaumöbel zurückgreifen. Ganz problemlos können Sie das für Ihren Betrieb und die jeweilige Anwendung ideale Material und die perfekte Verbindertechnik einsetzen. Ein einziger weiterer Mausklick genügt, um vollautomatisch sämtliche dafür notwendigen CNC-Programme und die Verschachtelungspläne mit optimiertem Zuschnitt zu erstellen. Dabei kennen Sie bereits im Vorfeld die Produktionszeit für die Komplettbearbeitung Ihrer Aufträge auf der CNC-Maschine. Außerdem können Sie ohne jeglichen Aufwand die Reststücke in wertvolle Werkstücke umwandeln. Mit der neuen Next Tech ist die Bearbeitung individuell geformter Werkstücke ein absolutes Kinderspiel. Dieses neuartige CNC-Bearbeitungszentrum ermöglicht es Ihnen, die komplette Gestaltung und Wertschöpfung Ihrer Produkte wieder ganz in Ihrem Betrieb zu halten und sind für die Herausforderung der Zukunft gerüstet. Weitere Informationen zur neuen Next Tech finden Sie auf www.holzheer.de